Wir befinden uns hier in der sogenannten Kellergruppe, nordwestlich von Raab. Links und rechts sind Keller in den Sand hineingeschlagen worden und dies reicht zurück bis 1620. In diesen Kellern wurde von den Brauereien Bier und Most gelagert, weil es Sommer und Winter konstant 8 Grad hatte. Die Kellergruppe ist seit 1996 unter Denkmalschutz. Es sind von den 26 Kellern zwei Keller als Museumskellern eingerichtet. Einer davon ist dieser Eiskeller hier, in dem gezeigt wird, wie früher das Eis gelagert wurde, was aus den angrenzenden Weihern geerntet worden ist. Es wurde zersägt in Blöcke und hier aufeinander gestapelt. Auch der Mutterdichter Franz Stelzhammer hat hier öfters in Rabstation gemacht und hat das Rababier genossen. Deswegen hat er dem Rababier auch ein spezielles Gedicht geliefert. Rababier, Rababier bist wie ein Graberstier, haust um dich, schlägst um dich, sagra dich.